Bei Eintracht Frankfurt hat Marc Stenderer keine Zukunft mehr. Der offensive Mittelfeldspieler steht unmittelbar vor einem Wechsel, womöglich zum Hamburger SV oder zum 1. FC Köln. Nach Informationen der Hamburger Morgenpost wird sich der 23 Jahre alte frühere Junioren-Nationalspieler zwischen dem Angebot des HSV und dem Aus der Domstadt entscheiden. Auch der SC Freiburg und Hannover 96 sind demnach an Stenderer interessiert, sollen mit ihren Offerten aber keine Aussicht auf Erfolg haben. Stenderer galt noch vor wenigen Jahren als größtes deutsches Talent auf seiner Position, avancierte bei der U20-WM 2015 mit vier Toren und vier Vorlagen gar zum Topes Cora. Dann bremsten ihn jedoch zahlreiche Verletzungen aus. Seit einem Kreuzbandriss im Mai 2016 absolvierte der Edeltechniker nur noch 22 Pflichtspiele. Sowohl HSV-Trainer Dieter Hecking als auch Kölns Geschäftsführer Armin Fee gelten als große Bewunderer von Stenderer. Fee verhalf ihm als Eintracht-Trainer vor gut sechs Jahren im zarten Alter von 17 sogar zum Bundesliga-Debüt. Eine Ablösesumme wäre für den gebürtigen Kasseler wohl nicht fällig. Trotz seines bis 2020 laufenden Vertrags wollen ihn die Frankfurter Ablöse freiziehen lassen. Let's block it's, why? Let's block it's, why?